Es gibt Vergnügungsparks und in Thailand gibt es diesen Penispark, bei dem es offenbar doch auf die Größe ankommt, denn die Besucherinnen können sich an Kicher nicht verkneifen. Zu Hunderten strömen die Besucher in den Park mit den hölzernen Phallusobjekten im Nordosten Thailands. Die Frauen hoffen, mit einer Umarmung und Reibung einer der hochaufragenden Erektionen einen gut ausgestatteten Partner zu finden. Auf einem Schild am Eingang steht sogar, egal welchen Penis du umarmst, du bekommst einen Partner dieser Größe. Nach einer thailändischen Volkstradition symbolisieren die Phallus-Symbole Fruchtbarkeit und Wohlstand. Der Penispark in Thailand erfreut sich aber nicht nur bei den Thais größter Beliebtheit, auch zahlreiche Touristen Besucherinnen besuchen den Park regelmäßig.